Lasst mich noch kurz was Kleines erwähnen, liebe Geschwister, Allah hat euch wunderschön erschaffen. Liebe Geschwister, wir sind Menschen. Liebe Geschwister, keiner von uns, keiner von uns möchte von einer Schüssel essen. Deswegen bitte, bitte unterlasst diese Hundefilter. Bitte, liebe Geschwister im Islam, bitte. Lasst diese Sachen sein für Allah subhanahu wa ta'ala. Abonniert den Kanal, teilt das Video und folgt uns auf Instagram und auf Snapchat. Und bis dann. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.